Ich rufe Tagesordnungspunkt 35 auf, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung Jugendhilfe rechtlicher Vorschriften, Berichterstatterin, Abg. Klaff-Isselmann. Ich bitte um die Berichterstattung. Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU des BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU Es geht also um die Drucksache 19-5620 zu Drucksache 19-5144. Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU des BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU des BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU des BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich darf Ihnen folgende Beschlussempfehlung mitteilen. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der LINKEN bei Stimmenthaltung der SPD, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19-5471 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank. Ich habe keine Wortmeldungen vorliegen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU des BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU des BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU des BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU des BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU Das Wort hat eine Kollegin Ravensburg, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute in zweiter Lesung über das Hessische Ausführungsgesetz zum SGB VIII. Hier geht es um die Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Wir haben beraten im Ausschuss und die Anhörung ausgewertet. Daraus lässt sich noch einmal festhalten. Wir wollen die Spielräume, die uns die bundesgesetzliche Regelung gegeben hat, nutzen, weil wir hier in Hessen funktionierende Strukturen haben und die Erfahrungen, die bereits in Hessen gesammelt worden sind, für ein praxisnahes Verfahren, das sich am einzelnen Kind oder Jugendlichen orientiert, auch beibehalten wollen. In der Anhörung gab es zwei Diskussionspunkte, auf die ich noch einmal kurz eingehen wollte. Erstens. Es ging um die Landesstelle. Die Landesstelle soll das Regierungspräsidium Darmstadt die Verteilung organisieren und die Landesstelle werden. Dazu gab es unterschiedliche Auffassungen. Wir sind aber der Überzeugung, dass Darmstadt bereits die Verteilung von Flüchtlingen regelt und umfangreiche Erfahrungen auch bei der Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gesammelt hat. Es kennt die Jugendämter in Hessen sehr genau. Deshalb halten wir es für richtig, dass das RP Darmstadt-Landestelle wird. Zweiter Punkt war das Kindeswohl. Hier verweise ich auf unseren Änderungsantrag, der bereits im Ausschuss Eingang in den Gesetzentwurf gefunden hat. In der Anhörung wurde nämlich gewünscht, dass das Kindeswohl noch einmal explizit aufgeführt wird. Wir haben gesagt, das ist natürlich schon bundesgesetzlich im SGB VIII geregelt. Es versteht sich selbstverständlich, dass alle Entscheidungen dem Kindeswohl unterstellt werden müssen. Aber wir wollen gern dem Wunsch nachkommen. Deshalb haben wir auch das Kindeswohl entsprechend des Vorschlags des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes aufgenommen. Deshalb lässt sich festhalten, dass wir ein gerechtes Verteilverfahren brauchen. Denn wir wollen keine Überlastung einzelner Jugendämter. Wir wissen, dass unsere Jugendämter in Hessen das Kindeswohl sehr wohl in ihren Qualitätsstandards beachten. Aber wir wollen auch, dass die besonderen Spielräume, die wir haben, nämlich den Blick auf den einzelnen Jugendlichen, nicht vergessen werden. Da ist besonders zu beachten, wenn Jugendliche und Kinder wegen des Gesundheitsschutzes bestimmten Jugendämtern besser zugewiesen werden sollten als andere. Es geht auch um die geschlechtsspezifischen Bedürfnisse. Oder wenn Sie besondere Hilfen oder Unterstützungsmaßnahmen benötigen. Diesen nötigen Spielraum geben wir Ihnen in unserem Gesetz. Das ist, glaube ich, auch eine Leitmaxim, die das Bundesgesetz so vorgesehen hat. Deshalb will ich abschließend noch einmal zusammenfassen. Wir machen mit unserem Gesetz den Weg frei für eine faire, gerechte Verteilung aufgrund der Erfahrungen, die wir bereits gesammelt haben. Wir ermöglichen eine immer am Kindeswohl orientierte Entscheidung bei der Auswahl des Jugendamtes. Dem trägt unser Gesetzentwurf Rechnung. Deshalb bitte ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Durch den vorliegenden Gesetzentwurf möchte die Landesregierung ein landesinternes Verteilverfahren für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge etablieren. Wir finden, die Notwendigkeit einer solchen Regelung ist mehr als fraglich. Denn es gibt bereits ein bundesweites Verteilverfahren, das die Zuweisungen von Jugendlichen regelt, die sich in vorläufiger Obhutnahme befinden. Nach einer Gesetzesänderung im SGB VIII werden seit November 2015 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, wie erwachsen, asylsuchend auch, über eine bundesweite Quotenregelung verteilt. Dieses Verteilverfahren orientiert sich am Königsteiner Schlüssel. Es hat das Prinzip der Unterbringung am Ankunftsort abgelöst, das vorher galt. Wenn keine Gründe gegen die Verteilung sprechen, meldet das Jugendamt den Minderjährigen zur Verteilung an. Im aufnehmenden Bundesland ist man dann verpflichtet, sich bei der Zuweisung an den spezifischen Schutzbedürfnissen und Bedarfen der unbegleiteten Minderjährigen zu orientieren. So steht es jedenfalls in § 42b SGB VIII. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Zuweisung an das konkrete Jugendamt sachgerecht erfolgt und die spezifischen Schutzbedürfnisse und Bedarfslagen der Kinder und Jugendlichen beachtet werden. Diese Formulierung im SGB VIII legt damit strengere Maßstäbe an die Verteilung an, als das in Ihrem hier vorliegenden Gesetzentwurf getan wird. Ihr Gesetzentwurf reduziert die zu berücksichtigten Aspekte auf Bedürfnisse, und zwar aus Gründen des Gesundheitsschutzes und geschlechtsspezifischer Natur und reinen Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen. Diese Bedürfnisse sind aber nur ein Ausschnitt der Bedarfe, die nach SGB VIII gelten sollen. Bei den Bedarfen nach SGB VIII geht es etwa um die individuelle und soziale Entwicklung eines jungen Menschen. Es geht um Bindungen und Beziehungen und die Vermeidung von psychischer oder physischer Belastungen. Dann fehlt in Ihrem Gesetzentwurf auch eine Regelung, die von einer Verteilung abgesehen werden kann, wenn sich der Betroffene weigert. Diese Möglichkeit ist aber in der Gesetzesbegründung des Bundesgesetzes ausdrücklich genannt. Wir nehmen zwar zur Kenntnis, dass die Regierungskoalition zumindest den Begriff des Kindeswohls aufnehmen will, aber das reicht nicht. Meine Damen und Herren, es bleibt dabei, wir haben es nicht nur mit einem Gesetzentwurf zu tun, der einen Sachverhalt regeln müsse, der bereits im Bundesgesetz geregelt ist. Dieser Entwurf wählt bei der Frage der Verteilung zudem Formulierungen, die vom SGB VIII zum Nachteil der Betroffenen abweichen. Einen weiteren Punkt möchte ich noch ansprechen. Nach dem Gesetzentwurf soll das Regierungspräsidium Darmstadt zuständig für die Verteilung sein. Das sehen wir genauso wie viele der gehörten Fachverbände kritisch. Wir fänden es sinnvoll, wenn das Landesjugendamt mit dieser Aufgabe betraut werden würde. Meine Damen und Herren, der Entwurf sieht noch eine Ermächtigungsgrundlage vor, damit zu einem späteren Zeitpunkt per Rechtsverordnung Regelungen zur vorläufigen Inobohutnahme geschaffen werden können. Auch das sehen wir kritisch, nicht nur, weil wir den Text dieser Rechtsverordnung heute noch nicht kennen. Mit einer solchen Rechtsverordnung soll eine andere örtliche Zuständigkeit für die vorläufige Inobhutnahme gewählt werden können, indem rechtlich eine zeitlich vorgelagerte Phase konstruiert wird, also eine Rechtskonstruktion. Die Landesregierung will offensichtlich durch andere Zuständigkeitsregelungen verhindern, dass irgendwo besonders viele Menschen vorläufig in Obhut genommen werden und dass dann aus den Vorläufen Inobhutnahme endgültige Inobhutnahmen werden, und zwar aus Gründen des Kindeswohls, so wie es im SGB VIII vorgesehen ist. Da das sehr teuer ist, ist diese Konstruktion gewählt worden. Aber, meine Damen und Herren, es ist sicherlich nicht der Zweck, von sogenannten Öffnungsklauseln im SGB VIII mit Rechtsverordnungen bestehende gesetzliche Regelungen aus dem Sozialgesetzbuch zu umgehen. Am Kindeswohl scheint sich diese Regelung auch in keiner Weise zu orientieren. Wir lehnen das Gesetzesvorhaben deshalb ab. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Man kann so viel hineininterpretieren wie Frau Faulhaber. Man muss es aber nicht hineininterpretieren. Man kann auch einfach feststellen, es wird eine gängige Verwaltungspraxis in Hessen, die sich bewährt hat, in einem Gesetzentwurf umgesetzt. Wir hatten schon einmal eine andere Situation bei der Unterbringung der Umas. Das ist im Zuge der Flüchtlingskrise geändert worden, weil man den Herausforderungen gerecht werden musste. Von daher ist es ein Stück weit zu bedauern, die Situation, die wir jetzt in Hessen haben, weil wir einmal vorbildliche und besondere Qualität dort hatten. Wir versuchen immer noch, einen guten Standard sicherzustellen. Aber manche Dinge sind eben unter den Herausforderungen nicht mehr so zu leisten. Von daher können wir das nachvollziehen, diese Art und Weise die Regelung umzusetzen und werden deshalb dem Gesetzentwurf zustimmen. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Rock, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Als wir das Gesetz in erster Lesung beraten haben, haben wir dazu gesagt, wir werden Notwendigkeiten umgesetzt, die sich aus einer neuen Situation in unserem Land ergeben haben. Auf den ersten Blick scheint es keine Probleme zu geben. Sie haben gesagt, wir haben keine Probleme damit vorbehaltlich der Anhörung. In der Anhörung wurden ein paar Dinge benannt, die aus unserer Sicht doch gravierend sind. Wir waren dann der Meinung, den Gesetzentwurf ablehnen zu müssen. Zum Glück ist dann die Koalition mit dem Änderungsantrag gekommen, der eine große Frage, die da noch im Raum stand, zumindest geklärt hat, indem er das Kindeswohl wieder in den Mittelpunkt gestellt hat und in das Gesetz aufgenommen hat, an einer ganz entscheidenden Stelle. Deshalb lehnen wir diesen Gesetzentwurf nicht mehr ab. Aber wir können ihm zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund mancher Dinge – ich erspare mir und uns das jetzt im Einzelnen allesamt zu nennen –, die in der Anhörung genannt worden sind, deshalb nicht zustimmen, sondern werden uns dabei enthalten. Ein letzter Punkt, der mir wichtig ist. Auf dem 9. November ruht schon einiges, und manches lastet auf ihm. Der letzte 9. November hatte zudem neun Gesetzesanhörungen, die im INA und im SIA nacheinander abgearbeitet wurden. Ich sage das deshalb. Es war kaum möglich, bei der Fülle der Themen, die da waren, im normalen Gesetzgebungsverfahren Änderungsanträge einzubringen. Deshalb kündige ich an, wenn die Punkte, von denen wir glauben, wie Kollege Rock es gesagt hat, ganz normal laufen, ist das in Ordnung. Wenn es in einer konkreten Umsetzung, in der Verwaltung Probleme geben wird, werden wir dies durch Gesetzesänderungsanträge im kommenden Jahr nachbessern. – Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Bocklet, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Angesichts der fortgeschrittenen Zeit möchte ich auch nur das Wichtigste und Nötigste zum Besten geben. Ich glaube, was Kollegin Ravensburg gesagt hat und auch schon in erster Lesung gesagt wurde, wir haben tatsächlich eine gängige Praxis, wie wir Jugendliche verteilen. Kollege Rock hat es auch schon einmal gesagt. Ich entnehme aus den Äußerungen von Frau Faulhaber ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Behörden, dass sie nicht das Kindeswohl im Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellen. Diese Sorgen haben wir auch bei der Anhörung wahrgenommen. Ich will noch einmal sagen, dass das Kinder- und Jugendgesetzbuch insgesamt im Kern seiner Bemühungen immer ums Kindeswohl geht. Viele Juristen haben gesagt, warum wollt ihr das jetzt im Änderungsantrag auch noch einmal einbringen? Das ist doch sowieso schon die große Überschrift dieses Gesetzbuches des Kindeswohl. Aber wir wollten auch die Sorgen und das letzte Missverständnis ausräumen, dass es bei einer Verteilung in allererster Linie nicht darum geht, dass das Kindeswohl beachtet wird, sondern genau darum muss es gehen. Das Kindeswohl legt zuallererst und zuvorderst jeglicher Entscheidung auf jeder Verteilungsebene zugrunde. Sowohl das abgebende Jugendamt kann auf das einzelne Kind bezogene Kriterien mitteilen als auch das aufnehmende Jugendamt zu beachten hat. Ich glaube, mit dieser Änderung ist die letzte Sorge genommen, dass es nicht um das Kindeswohl geht bei der Verteilung. Ich will es auch noch einmal sagen. Jugendämter in Hessen oder Jugendämter insgesamt, deren Kerngeschäft ist es, und zwar eher täglich mühsames Geschäft, sich für das Kindeswohl einzusetzen. Ich wüsste jetzt nicht, warum es bei unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen nicht so sein sollte. So wird es auch sicherlich in Zukunft bleiben. Wir haben es noch einmal unmissverständlich ausgedrückt. Dieser Gesetz ist richtig und wichtig. Ich hoffe, er wird angenommen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Staatsminister Grüttner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Um nichts mehr zuzufügen, Regelungen, die bisher schon Praxis gewesen sind, sind jetzt gesetzlich geregelt worden. Darüber hinaus ist – das will ich an der Stelle schon sagen – eine Landesstelle zu bestimmen, als Ansprechpartner für das Bundesverwaltungsamt, das ausschließlich Fragen der Verteilung zu organisieren, nicht der Betreuung, Unterbringung und anderes mehr. Insofern denken wir, dass im Regierungspräsidium in Darmstadt eine große Expertise vorhanden ist, weil dort seit vielen Jahren schon die entsprechenden Verteilungen vorgenommen worden sind. Insofern bleibt es dort zu bestimmen. Es gibt Möglichkeiten, Rechtsverordnungen zu erlassen. Die machen auch ein Stück weit Sinn. Um einen Fall zu sagen, wenn ein unbegleitet Minderjähriger kommt, wird aufgenommen und einem Jugendamt zugewiesen. Anschließend stellt sich heraus, dass eine Familie in einem anderen Bundeslandes ermöglichen, solche Öffnungen und Verordnungsmöglichkeiten der Landesregierung eine Familienzusammenführung zu machen. Das wäre auf anderen Wegen nicht möglich. Insofern ist damit nicht etwas verbunden, was letztendlich Tür und Tor dem Handeln entzogen und den gesetzlichen Aufgaben entsprechend entspricht, sondern es entspricht einem guten Verwaltungshandeln und den Ableitungen aus der Praxis. Alles Weitere an Ausführungen kann man meiner Rede entnehmen, die ich zu Protokoll gebe. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte abgeschlossen. Ich rufe zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung jugendhilfrechtlicher Vorschriften auf. Wer seine Zustimmung gibt, den bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und FDP und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegenstimmen. Wie ist die Fraktion der LINKEN? Enthaltungen bei der Fraktion der SPD? Damit ist der Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben. Kolleginnen und Kollegen, noch eingegangen und an Sie verteilt ist zu Tagesordnungspunkt 41, den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes. Drucksache 20, Drucksache 20, Drucksache 20, Drucksache 20, Drucksache 20, Drucksache 20, Vielen Dank.